Hallo Freunde, hier ist wieder euer Grimm und willkommen zu einem neuen Deck-Profile von uns. Heute gibt es ein klassisches Alice Feen-Deck. Warum sage ich klassisch, obwohl diese Idee noch gar nicht so alt ist? Es gibt eine stärkere Feen-Variante, die ist aber mit Reflect-Refrain als Herrscher und das machen wir einfach mal nicht mehr mit. Deswegen klassisch und fast genauso stark mit ein paar Tipps und Tricks, mit ein paar Kniffen, um die gefährlichen Ecken und Kanten zu umschiffen, läuft dieses Deck auch ganz gut und auch ganz gut gegen Reflect-Refrain. Und damit legen wir gleich los, wie immer, mit der Herrscherseite und das ist die Alice, Mädchen vom See. Ihre Urteilskosten liegen bei 8 und sind damit doch schon recht teuer, aber wir können für jede Fee, die wir kontrollieren, einen generischen Kosten weniger bezahlen. Bedeutet, haben wir 8 Feen liegen, ist die liebe Alice gratis. Haben wir dann hoffentlich für 0 das Urteil gesprochen, kommt der Vollstrecker auf das Feld Alice Feenkönigin. Ist Königin und Fee und hat flugfähig und schicke 900-900. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, erhole alle Feen, die du kontrollierst. Das ist einer der Gründe, warum man sie im Feen-Deck nimmt. Wir greifen an, sprechen die Urteile und greifen nochmal an. Dazu hat sie eine nette Göttergabe, die, wenn wir uns sie leisten können, auch nicht zu verachten ist. Vollstrecker und Resonatoren, die du kontrollierst, erhalten plus 200, plus 200. Das heißt, jeder unserer Angriffe macht de facto 200 mehr Schaden. Durchsuche dein Spieldeck nach einer Excalibur, das geisterhafte Gottesschwertkarte, und lege sie auf deine Spielfeldseite. Mische anschließend dein Spieldeck. Insignien haben keine Einsatzverzögerung, das heißt, wir können die Karte auch gleich tappen, um einen Willen zu erzeugen, und können eventuell sogar noch eine Fee ausspielen. Wenn wir noch eine auf der Hand haben. Mehr gibt es zum Vollstrecke erstmal nicht zu sagen. Mit 900-900 echt okay. Und kann eigentlich auch gut das Spiel alleine wenden. Kommen wir jetzt aber zu dem Teil, der ein Feen-Deck ausmacht, und das sind die Feen. Und wie ihr seht, ist das im Vergleich zum Rest des Decks schon eine Menge. Aber wir legen mal ganz langsam los. Wir spielen als kleine Ramp-Einlage viermal die Windfee. Mit 200-200 recht schwach auf der Brust. Und ist auch schnell tot durch unsere Hauptbedrohung. Unsere Hauptbedrohung sind die Göttergabe der Dunklen Alice. Eine gelegentliche Darkness Zero. Oder, was von den ganzen Sachen am häufigsten passieren könnte, ein Schrei des Flammenkönigs. Wie wir uns darum kümmern, später mehr. Erstmal, liebe Windfee, für das Tappen erzeugt sie einen Lichtwillen. Ist doch logisch, sie heißt doch Windfee. Natürlich macht sie Licht. Ja, gut. Sie macht Licht, und Licht ist für uns auch nicht verkehrt. Wir können das natürlich für alle generischen Kosten nutzen, können aber natürlich auch für Licht das nutzen. Und davon haben wir auch wieder eine ganze Menge. Dementsprechend ist die bestens bei uns im Deck aufgehoben. Nach ihr haben wir dann viermal die Flammenfee. Und diese kleine Fee hätte dem Schwarzwaldjäger fast seinen One-Drop-Rang abgelaufen. Hätte es das Ruhgag nicht eigentlich schon getan. Das ist eine andere Story. Die, liebe Flammenfee, 200-300, Flugfähig und Schnelligkeit. Und da das noch nicht reicht, wenn wir sie tappen, fügt sie einem Resonator unserer Wahl 100 Schaden zu für jede Fee, die wir kontrollieren. Das stapelt sich in einem Feen-Deck durchaus. Als nächstes haben wir viermal die Lichtfee. Kosten 1, wieder 200-300, wieder flugfähig. Und wenn wir sie tappen, erhalten wir 100 Lebenspunkte für jede Fee, die wir kontrollieren. Klingt nicht nach viel, aber wenn wir gerade nicht angreifen wollen, wenn wir auch nicht blocken müssen, können wir uns damit doch schon durchaus ein bisschen hochheilen. Dann wieder 4 und wieder eine Fee und wieder 200-300, nur wieder ein anderes Element. Die Wasserfee, auch flugfähig und folgenden Effekt. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, zeige dir die oberste Karte deines Spieldecks vor. Falls es ein Fee-Resonator ist, nimm ihn auf deine Hand. Ja, die Chance ist durchaus hoch. Ihr habt gerade den Größenvergleich gesehen. Zauber etc. pp. und Resonatoren. Und von diesen Resonatoren sind nahezu alle Feen. Das heißt, das könnte klappen. Munkelt man. Zweimal, jetzt wird es teurer. Kosten 2. Fee vom See. Kosten 2. 500-500. Ganz normaler Beatstick. Dann viermal. Elaine die Fee. Kosten 2. Flugfähig. 400-400. Erweckung ist für uns nicht interessant, da wir diese Karte nicht spielen. Wir könnten für ihre Erweckung einen Schutz der Feen-Karte aus unserem Deck heraussuchen und auf die Hand nehmen. Wir nutzen was anderes als Schutz der Feen, was uns ein bisschen mehr bringt. Und der Effekt, wofür wir sie jetzt spielen. Andere Fee-Vollstrecker und Resonatoren, die du kontrollierst, erhalten 200 Angriff. 200 Angriff ist in diesem Deck mit vielen kleinen Viechern nicht zu verachten. Wir hätten lieber 200 Angriff und Verteidigung. Wegen den angesprochenen Sachen wie Göttergabe Dunkler Alice, Dark Zero oder der Schrei des Flammenkönigs. Aber da kommen wir, wenn es mal passiert, mit dem Sightech drumherum. Jetzt kommt auch schon unsere größte Fee. Und das ist die liebe Vivian, Dame vom See. Da man auf vielen Videos die Hot Stamp meistens schlecht erkennt, machen wir mal ein bisschen Platz. Dann seht ihr beide. Wie gesagt, viermal, Kosten 3, 500 Angriff, 700 Verteidigung. Damit sicher vor den ganzen fiesen Sachen. Mal abgesehen von der Flamme der äußeren Welt, aber wenn der Gegner die dafür rausschmeißen will, bitte. Flugfähig. Tappe sie, lege einen Fee-Resonator mit Gesamtkosten von 1 oder weniger aus deiner Hand auf deine Spielfeldseite. Immer wenn ein Fee-Resonator auf deine Spielfeldseite gelegt wird, erhalten Fee-Vollstrecker und Resonatoren, die du kontrollierst, plus 200, plus 200 bis zum Ende des Spielzugs. Das bedeutet, wir verzichten auf ihren Angriff, beziehungsweise auf ihren Block und können dafür aus unserem Fundus von One Drops, der ja gar nicht mal so klein ist, Karten ausspielen. Alles One Drops? Keine One Drops. Dafür kriegen diese One Drops dann nochmal einen Push. Haken an der ganzen Sache ist bis zum Ende des Spielzugs. Und aus der Flammenfee haben wir eigentlich nichts, was mit Schnelligkeit zuschlagen kann. Trotzdem, vier Flammenfeeen ist auch schon ziemlich gemein. So. Das waren die Feen. Und das hier, tadaa, sind die Nicht-Feeen. Was könnte sich dahinter verbergen? Ihr habt's gesehen. Jede Menge One Drops. Es kann nur sein, der Gweiber Weißer Drache. Towns 200, Towns 200, Kosten 5, flugfähig, hat aber einen Effekt. Du kannst für jeden Resonator, den du kontrollierst und der in diesem Spielzug auf deine Spielfeldseite gelegt wurde, zwei generische Kosten, weniger bezahlen, um diese Karte auszuspielen. Das heißt, wir spielen einen One Drop, noch einen One Drop, in einer Runde und Gweiber wird auch zum One Drop. Und Gweiber ist Licht, wie ihr gesehen habt, wie viele Karten. Darauf konzentriert sich auch unser Zaubersteindeck hauptsächlich. Na, nicht hier sabotieren. So. Sabotieren, desertieren. Resonator-Strategie ist relativ einfach. Gweiber raus, wenn geht. Gweiber wird gerne als Ziel genommen von Reflective Rains auf die Hand zurückschicken-Effekt. Soll der Gegner es machen. Wir können ihn immer wieder für günstige Kosten rausbekommen. Wir versuchen, so viele One Drops wie möglich auf dem Feld zu halten. Wir versuchen, Ramp und Mill und alles, was geht. Das Feld muss voll sein mit unseren Resonatoren. Der Gegner darf am besten nichts mehr machen können. Aber das Deck ist kein Control Deck. Das heißt, wir müssen unsere Strategie schneller als der Gegner durchbringen. Und das kann dieses Deck und das kann dieses Deck sehr gut. Aber wir müssen uns trotzdem vor der gegnerischen Strategie schützen. Die meisten Strategien können uns jedoch relativ egal sein. Dafür bleiben wir weiter bei unserem Standard Deck. Viermal Excalibur, das geisterhafte Gottesschwert. Die einzige Insignia in diesem Deck. Achtung! Kostet zwei. Der Vollstrecker, unser Vollstrecker, plus 100, plus 100 für jeden Resonator, den wir kontrollieren. Das spielt natürlich unserer Ramp, unserer Mill-Idee, das ganze Deck voll zu machen. in die Hand, das ganze Deck, Quatsch, das ganze Feld voll zu machen, in die Hand, so dass unsere Alice Feenkönigin immer stärker und stärker wird und mit Flugfähig elegant die Defense des Gegners überläuft. Außerdem können wir diese Karte tappen und können den Willen jegliches Attributs erzeugen, aber nur zum Ausspielen von Fähresonator einsetzen. Außerdem können wir diese Karte verbannen und unseren Vollstrecker unbesiegbar machen. Bedeutet, im Idealfall nutzen wir erst den Willen zum Ausspielen, dann hat unser Vollstrecker mehr ATK, unser Vollstrecker greift an, unser Gegner möchte was machen, wir können es immer noch verbannen und unser Vollstrecker ist als Herrscher safe hinten zurück in unserer Herrscherzone. Dann die 4 Zauberspruch sofort. Ganz simpel, Donner. Warum 4 mal Donner? Warum keine Dämonenflamme, von der ich so oft gesprochen habe? Donner kann auch die Lebenspunkte treffen, Dämonenflamme kann das nicht und in diesem Deck ist das wichtig. Wir haben dieses Deck in dieser Form sehr oft gespielt, sehr oft getestet, haben neben den Bedrohungen, von denen ich jetzt schon mehrfach gesprochen habe, gemerkt, manchmal fehlen ein paar 100 Lebenspunkte. Es passiert sehr oft, dass der Gegner mit ein paar hundert Lebenspunkten überlebt, dass er mit ein paar hundert Lebenspunkten dem Kill entkommt und ihr nicht wisst, was ihr machen sollt. Da sind Donner ideal. Und kommt diese Situation nicht, könnt ihr mit dem Donner noch Resonatoren und Vollstrecker entledigen. Entledigen? Erledigen. Ja, das klingt besser. Und als allerletztes Teil der Swarm-Strategie Ansturm der Bestienherren. Kosten 3, Zauberspruch, das heißt nur in unserer Phase aktivierbar, nur in unserem Zug. Vollstrecker und Resonatoren, die du kontrollierst, erhalten 600 Angriff und Verteidigung bis zum Ende des Spielzugs. Und das ist euer Trumpf, das ist euer Ziel und das ist die Karte, die gegen RR, gegen Control Decks am ehesten negiert wird. Noch vor der Beschwörung des Squibers, wo RR aber wieder außen vor ist, ist diese Karte der Angstfaktor eures Gegners und das Ziel. Es sollte es zumindest sein. Wenn euer Gegner nicht daran denkt, umso besser. Ihr macht das Feld voll, ihr gebt euer Bestes, dass so viele Resonatoren wie möglich liegen bleiben. Und dann kommt irgendwann der Ansturm der Bestien herin und der Gegner kriegt auf die Schnauze. Und dann das Urteil. Ihr erholt eure Resonatoren und der Gegner kriegt nochmal auf die Schnauze. Das ist der Optimalablauf. So soll ein Swarm, Ramp, Ramp Swarm Fehendeck laufen. Das Ganze müssen wir jetzt natürlich noch ein bisschen befüttern und das machen wir mit diesen Zaubersteinen. Viermal das Memoria der Fee. Wenn wir diese Karte hinlegen, müssen wir eine Fee vorzeigen, können wir eine Fee vorzeigen. Wenn wir das nicht tun, wird sie erschöpfter hingelegt. Wir haben jede Menge Feen. Es sollte uns also nicht allzu schwer fallen, sie erholt hinzulegen. Wir können damit Lichtwillen für alles erzeugen oder alle Willensfarben, alle Attribute für Feen. Außerdem, wenn wir einen Lichtwillen zahlen und diesen Stein tappen, hält ein Feenresonator unserer Wahl 200-200 bis zum Ende des Spielzugs. Vergesst diesen Effekt nicht. Mir ist das schon selbst oft passiert, hm, ja, da hat einer Schrein des Flammenkönigs gespielt, meine Feen sind alle tot, Schande. Nö, ich habe sechs Steine liegen gehabt, ich hätte drei Feen schützen können. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich nicht dran gedacht habe. Ich hätte die Defense so hoch pushen können, dass sie es überlebt hätten. Habe ich nicht dran gedacht, also habe ich zu Recht verlor. Dann spielen wir der Schnelligkeit halber viermal Zauberstein des Mondschattens. Kostet eigentlich immer 200 Lebenspunkte für uns. Ist aber nicht so schlimm, da wir wirklich auf den Speed setzen. Dieses Deck ist Speed in Reinkultur, wir wollen möglichst schnell fertig sein, bevor der Gegner überhaupt Counter hat, bevor der Gegner seinen Lancelot mit dem Arme Nohama Kiri ausgerüstet hat, bevor der Gegner seinen Necrolance gepusht hat, bevor der Gegner seinen Yamata, bevor der Gegner sich überhaupt hingesetzt hat am besten. Wobei das schwer werden dürfte. Also, da keine Angst haben, mal ein paar Lebenspunkte auszugeben, und wenn es ein bisschen weiter ins Game gibt, könnt ihr da immer noch die generischen Kosten wunderbar mit bezahlen. Dann einen Zauberstein des Mondlichts. Kommt ihr in der ersten Runde, seid ihr voll am Arsch. Kommt ihr irgendwann danach, habt ihr einen gratis Super-Megastein. Ist eine Chance von 9 zu 1, da müsst ihr mit leben. Ist rein rechnerisch eine der besten Varianten. Und dann ein Rotkäppchen reiner Stein, der erlaubt euch natürlich auch frei die Willensfarbe zu wählen, die er haben soll, beziehungsweise Attribute. Wir dürfen ja nicht verwechseln zwischen Attributen und Merkmalen. Mond ist ja kein Attribut. Mond ist da außen vor. Warum sollte man für seinen Rotkäppchen Stein auch einen Mond wählen? Egal, ihr könnt ein Attribut wählen, und dann könnt ihr auch Resonatoren mit dem gewählten Attribut um 200 200 pushen. Wieder ein Stein, der eure Feen Deffen kann. Und das was dazu. Ihr wisst jetzt schon, wie es laufen soll. Ihr spielt ganz viele kleine Resonatoren. Kleine Resonatoren bleiben liegen. Die Alice wird immer günstiger. Die Alice kommt für ein Schnäppchen auf das Feld. Ihr habt schon diese Runde einmal angegriffen. Ihr wollt nochmal angreifen. Ihr aktiviert die Göttergabe. Die Fähne erhalten plus 200, plus 200. Ihr aktiviert Ansturm der Bestien. Alle eure Fähne haben plus 800, plus 800. Ihr greift nochmal an. Und das ist es eigentlich für den Gegner gewesen. So ist der gute Plan. Aber was ist jetzt, wenn es gegen Dark Alice rangeht? Was ist, wenn es gegen Reddecks rangeht und jemand side-deck schreit des Flammenkönigs rein? Ja, müssen wir an unser side-deck. Und ich habe eben schon vom Schutz der Feen gesprochen. Der kostet 1 und ist ein Zusatz. Was kann es da Besseres geben? Diese Karte hier, sie kostet 2 und ist besser. Himmlischer Garten von Amala kosten 2. Resonatoren mit flugfähig, die du kontrollierst, erhalten plus 200, plus 200. Unsere kleinen Viecher haben alle flugfähig. Bedeutet, alle unsere kleinen Viecher haben 400, 400, im schlimmsten Fall irgendwann 600, 600. Wenn ihr gegen solche Decks spielt, mit den Gefahren, von denen ich eben gesprochen habe, side-deck die Karte viermal rein und bringt die so schnell raus, wie ihr könnt. Das Deck wird ein bisschen langsamer zugegeben, aber das ist euer bester Deal, den ihr gegen solche Sachen machen könnt. Außerdem für zwei Licht und einmal tappen erschöpfe einen Resonator deiner Wahl ohne flugfähig. So viele flugfähige Resonatoren gibt es im Metagame momentan nicht. Abgesehen jetzt von dem beliebten Guiber und dem Almerus Stein, der das gerne mal macht, im Aller Night's Deck. Das heißt, alles andere könnt ihr damit erstmal lahm legen. Bitte denkt dran, ihr könnt das nicht mehr machen, wenn der Gegner einen Angriff deklariert hat, aber andersrum kann der Gegner noch einen Tab Effekt anketten, wenn ihr euch den Resonator zuerst aussucht. Angreifen anketten kann er allerdings nicht. Er wäre noch schöner, wo kommen wir hin? Dann, falls wir auch mal gegen Decks ran müssen, die das ganze Feld voll müllen mit ihren Resonatoren und Hand aufs Herz, wir wollen der Einzige sein, der es macht, zweimal Abel der Rächer Gottes, kosten 3, 700, 700, zielsicher Inkarnation, das heißt, wir können zwei Lichtresonatoren, von denen wir auch jede Menge haben, verbannen, anstelle die Kosten dieser Karte zu bezahlen und wir können Entweckungskosten von 4 bezahlen, Ankunft zerstöre alle anderen Resonatoren, gilt für uns, gilt aber auch für den Gegner und das allseits beliebte RR auf die Hand zurückschicken, kann er gerne machen, machen wir das nächste Runde nochmal, wenn uns seine Resonatoren nicht gefallen, dann, Blast from the Past, ein kleiner Schocker, heilige Prinzessin der Führung, oh mein Gott, was hat er da hingelegt und warum, ja, wir gucken erstmal auf die Karte, Urteil, aktiviert diese Fähigkeit nur, falls du ein Meeres, nein, Urteilskosten 3, oder aktiviert du erhältst 300 Lebenspunkte, wenn du diese Karte tappst, Urteil für 3, Lumia, Schöpferin der Hoffnung, satte 1000, 1000, einmal pro Spielzug kannst du eine Karte aus deiner Aus-den-Spiel-Entfernt-Zone ausspielen, ausspielen bedeutet, wir müssen immer noch die Kosten entrichten, also gratis wird es da nicht, aktiviert für 0, falls sich keine Karten in deiner Aus-den-Spiel- Entfernt-Zone befinden, entferne die obersten 3 Karten deiner Spieldecks verdeckt aus dem Spiel, du kannst dir diese Karten jederzeit anschauen, das heißt, wir kriegen 3 Karten in die Aus-den-Spiel- Entfernt-Zone und können einmal pro Spielzug eine davon nehmen und ausspielen, das heißt, im Endeffekt legen wir einen kleinen Pott, einen Nebenpott, ein kleines Bankfach auf die Seite und haben dort erstmal die freie Auswahl, das kann uns helfen, die richtige Karte zu kriegen, doof ist natürlich, bevor wir wieder drei Karten entfernen können zum Durchschauen, müssen wir die drei erstmal aufbrauchen. Trotzdem 1000-1000, damit ist sie einer der stärkeren Resonatoren, ja genau, Vollstrecker und deswegen ist sie da auch drin, weil sie in einer ganz bestimmten Kombination was ziemlich cooles kann und darauf kommen wir jetzt noch nicht gleich. gleich. Wir spielen viermal Excalibur das Gottesschwert, das heißt, was machen wir jetzt? Wir shiften, nein, nicht diese komischen neuen Resonatoren, wir wechseln unsere Taktik, wir gehen weg von der Fokussierung auf die ganzen kleinen Feen, auf den überraschenden One-Turn-Angriff, wo wir mit allen Feen und Anstummen der Bestienherren den Kill machen wollen und gehen hin, uns auf unseren Vollstrecker zu konzentrieren. Das Ganze könnt ihr jetzt machen, indem ihr auf jeden Fall sind wir dann schon bei acht Insignien und diese kostet dann endlich mal null. Unser Vollstrecker erhält zielsicher und wenn wir diese Karte tappen, erhält unser Vollstrecker 200 Angriff und Verteidigung. Außerdem schmeißen wir ein anderes Excalibur Gottes Schwert ab, können wir ein Lichtwellen erzeugen. Und als allerletztes, wenn wir diese Karte verbannen, erhält unser Vollstrecker unbesiegbar. Idee ist klar, Lumia oder Alice damit noch weiter pushen. Das Feenschwert funktioniert übrigens auch für Vollstrecker generell, das heißt, das erlaubt uns auch, Lumia zu pushen. Aber, wenn das alles doch mit Alice funktioniert, warum haben wir dann Lumia da drin? Zum einen hat Lumia nochmal 100 100 mehr, was echt nicht verkehrt ist, aber jetzt auch nicht weltbewegend. Es verwirrt den Gegner ein bisschen, dass da plötzlich eine Lumia liegt, weil keiner die mehr kennt. Aber Grimm Rächer der Märchen ist wieder ein Licht Resonator, das heißt, wir bleiben unserem Attribut treu, haben keinerlei Willensprobleme, wenn wir switchen, und er hat mehrere Ankunftseffekte. Der erste, bestimme einen Resonator deiner Wahl, entferne ihn aus dem Spiel, falls es ein Finsternis Resonator ist. Andernfalls erhält er plus 100 bis zum Ende des Spielzugs. Das heißt, wir können uns überlegen, wollen wir einen unserer eigenen Resonatoren pushen, dass er diese Runde mal eben 200 Schaden mehr macht als vorher, wollen wir das in Kombination mit Alice Beschwörungsfähigkeit machen, oder Enter the Board Effekt, wenn es so richtig heißt, dass wir dann einfach 400 Schaden mehr machen, da wir zweimal angreifen dürfen, oder wollen wir ein Mephistopheles oder andere Finsternis Kreaturen wie Lucifer loswerden, weil die einfach kacke sind, zumindest wenn sie gegen uns gespielt werden, oder jetzt kommt der Lumia Teil, wollen wir die Erweckung für ein Licht nutzen und dann bei drei Kosten sein für einen zweiten Ankunftseffekt, falls dein Herrscher heilige Prinzessin der Führung ist, oder dein Vollstrecker Lumia Schöpferin der Hoffnung, verlieren Vollstrecker und Resonatoren, die dein Gegner kontrolliert, bis zum Ende des Spielzugs alle Fähigkeiten, und das schließt er mit ein. Bedeutet, wenn ihr ein absolut räudiges, nerviges RR Control Deck habt, oder auch schnell mal ein RR Beatdown Deck und ihr habt in der ersten Runde gesehen, ihr seht kein Land gegen RR, der Gegner weiß, wie er seinen Reflect Refrain perfekt einsetzt, dann spielt ihr den lieben Grimm mit Lumia, denn Han hat sich ausgevollstreckert mit RR für eine Runde, er kann sie noch zurückflippen, indem er an den Effekt ankettet, aber da hinten als Herrscher bringt sie ihm auch nichts. Das bedeutet für euch, jetzt ist Zeit zum Angreifen. Das steckt dahinter, das ist die Strategie, ist gar nicht so stark, aber ist stark genug, weil der Gegner nicht damit rechnet, weil es schon eine Strategie ist, die selten angewandt wird, das gebe ich zu, aber das macht gute Decks aus, nicht in das Meter rein, nicht mit dem Metastrom mitschwimmen, sondern selber Ideen finden, Ideen auf die der Gegner nicht gefasst ist und im besten Fall auch nicht vorbereitet ist. So Freunde, dann fasse ich nochmal zusammen, das war unser traditionelles Classic Fehlendeck, nicht weil es so alt ist, sondern weil es gegen das Meter, gegen den Strom schwimmt und bewusst auf RR verzichtet, das bringt einen Nachteil mit, wir können ohne Speedverlust nicht Zauber negieren, das heißt, wir müssen uns für den Fall der Fälle gegen solche Sachen wie Schrei des Flammenkönigs schützen. Sollte sowas nicht kommen, hat dieses Deck eigentlich keine Probleme, vorausgesetzt man hat auch mal ein bisschen Glück und spielt seine Karten gut, kann man eigentlich gegen jede Deckstrategie relativ stark damit bestehen, sollte es wirklich einmal Probleme geben mit diesen Death Lowering oder mit diesen Permashaden Sachen, dann wechselt auf den Garten von Amala, sided alle vier rein, bringt die Dinger mit Hochdruck raus und versucht damit die Death eurer Resonatoren möglichst oben zu halten, vergesst nicht, dass Memoria der Fee und der Rotkäpfchen Stein ebenfalls bei der Defense helfen können und sollt es mal gegen Reflect Refrain rangehen und ihr seht gegen diesen Herrscher Vollstrecker kein Land mehr, switcht Lumia rein, nehmt die Grimms mit und wartet auf euren Moment auf eure Chance entwertet seinen Vollstrecker so dass er diese Runde nicht mehr nützlich ist und dann greift mit ruhigem Gewissen an mehr gibt es zu diesem Fehendeck nicht zu sagen ich hoffe ihr hattet Spaß an diesem Video ich auf der DM macht's gut euer Grim wir können das natürlich für alle generischen kotzen kotzen öh